Ja, Torwart! Torwart! Und der Mannschaft! Alter! Oh, wir haben verletzt ihn, glaube ich. Scheiße! Bayern München hatte es ja vor der Saison angekündigt, dass die Spieler wegen der WM noch geschafft sein werden. Es wird eine schwierige Saison, aber naja, das nun als Spitzenreiter. Der ausgerechnet Paderborn, der Neuling von ganz oben, vor dem fünften Spieltag, die Tabelle begrüßt. Hätte, glaube ich, fast niemand erwartet oder gar keiner erwartet. Wir zocken die Partie. Paderborn zu Gast hier in München. Und am Ball haben wir Mike an meiner Seite. Hallo! Und gespielt wird gegen Max und Tobi. Hallo! Oh, da haben sich zwei schon richtig doll lieb. Zum Liebhaben sind auch wieder unsere Partner, das Aliens Network. Außerdem Games rockelt, wenn ihr ganz preiswert Spiele erwerben wollt. Und natürlich Games, das Spiele-Magazin, wenn ihr denn noch die nötigen Tipps und Tricks lesen möchtet. So, Mike und ich haben überlegt, wir wollen... Die Sensation schaffen. Die Sensation schaffen und möglichst ein frühes Gegentor verhindern. Das sieht schon mal gut aus. Oh, nein! Aber wir spielen mal wieder gegen den verdammten Neuer, ne? Oh, nein! Den hab ich ja völlig vergessen. Na, eben gerade nach der Parade fielst du mir wieder ein. So! Schön, Mike! Komm, jetzt! Wo bin ich denn? Keine Ahnung, wo bist du denn? Auf jeden Fall war ich nicht so schneller. Den hab ich. Ja. So! Denk dran, top, das passt. Wir sollten ja vermessern. Ja. Auf jeden Fall. Abseits. Abseits. Ja. So circa zwei Meter oder was. Es ist im Übrigen nun wirklich die letzte FIFA 13-Aufnahme. In der Aufnahme. Ja. In 13... Äh, 13. In drei Tagen... Beginnt eine neue Ehe. Ja, genau. In drei Tagen geht es los mit FIFA 15. Das heißt, der sechste Spieltag... Oh! Wird noch ein bisschen prickelnder. Nun aber erst mal die Ecke. Ja, Torwart! Torwart! Und... Alter! Oh, wir haben einen Verletzten, glaub ich. Scheiße. Ja, Alter. Tom, kümmer dich mal drum. Warte, ich gucke. Ich gucke. Ja, während ich weiter zocke. Ja, ein Verletzter. Ja, weg, raus. Ziegler muss raus. Gulde kommt rein. So. Gulde, Gulde, der spielt beim KSC. Ja? Ja. Dann kann er ja wohl nur gut sein. Im Übrigen Glückwunsch, ne? An euren super Ergebnisse hier bisher. Ah, Torwart! Ja. Muss ich ja sagen. Also, ich bin immer noch ein bisschen heißer vom Dessern. Das war schon... Ach, scheiß drauf. Gell, Mali ist nur einmal im Jahr. KSC ist noch ein paar Mal im Jahr, oder was? Äh, ja, nee. Ein Später vom KSC. Nach vorne. Ja. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Lauf, Mike. Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Ich flanke. Ja. Jetzt. Oh, komm. Klasse, Tobi. Klasse, immer. Naja, den hätt ich auch noch. So, erstmal schnell wechseln. Oh. Schade. Das war auch. Komm. Ja. Ah. Ah. Okay, jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nimm dir den selbst. Aufpassen. Nein, 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 nein. Mike, bist du in der Mitte? Ja. Hab ich. Komm. So, nach vorne. Direkter Konter. Warte. Oh, ja. Na, schade. Nein. Das war jetzt ärgerlich. Laufen, laufen. Der war scheiße. Der war richtig scheiße. Oh, geil. Komm, komm, komm. Oh. Nein. Warte. Schön gesehen. Los, Mike. Ja. Ah. Nochmal, nochmal. Alter. Ah. Weiter geht's. So. Lauf, lauf, lauf. Spielen, genau. Oh. Aber Tom, unser Passspiel hat sich verpasst. Ja, ja, ja. Also aktuell sind wir gut. Was? Welche Richtung? Wir haben zwar noch nicht so viele Torschancen, aber das kann ja auch. Wir spielen gegen Bayern München und die hatten jetzt auch nur Möx und Tobi, was? Ja, auch eine, ne? Eine Torschancen. Ja, ich weiß nicht. Mit den Beinen kombinieren. Aufpassen. Das war nix. Komm, greifen. Geiß mir nicht die Beine weg. So. Ah, schade. Oh. Ja, Tobi. Der war geil. Hab ich. Oh. Das müssen wir klären. Nicht, nicht. Klären. Genau. Sehr schön. Ach, ärgerlich. Ja, ja, das war mein Torschancen. Warte. Ja, das wollte ich nicht. So. Sorry. Ah, Mist. Also es sind wir trotzdem unsere. Jo. Ja. Sorry. Der hat krieg zu spät. Ah, scheiße. Der ist denn wieder. Kommt gleich. Schön. Oh, nochmal, nochmal. Ah. Nein. Das sollte ein perfekter Pass in die Spitze sein. Ja. Nein. Ja, okay. Ich darf auch mal, ja. Haha. Habe ich. Schade. Wäre er vielleicht abhängig. So, erstmal weg damit. Das soll laufen. Das ist so dumm. Warum läuft ihr den Ball hinterher? Der soll jetzt rauslassen. Ja. Na, no, fuck him. Digga, das machst du. Ich muss nur. Weg damit. Ach. Nochmal. Hoi. Ich habe einen Schuss rausgeholt. Nee. Wie aber. Was? Ja. Warte, lauf da oben. Nein, wir. Ah. Tick zu fester, aber ansonsten ist es gut gemacht. Oh, aufpassen. Ja. Oh, gleich, gleich nochmal. Ja. Nix. Oh, spitze ein Pass. Ich bin in der Mitte. Ah, schade. Nein, nein. Ich wollte da oben. Ja, egal. Ganz, ganz ruhig, genau. Warte. Oh. Hast du, hast du, hast du. Mach, Tobi. Ich wollte dich doch nicht erreden. Alles gut. Ja, komm, komm. Immer noch, immer noch alles gut. Immer noch. Oh, nein. Nein. Ich war noch alles gut. Scheiße. Ja, ja. Scheiße. Oh, nein. Oh, ist das bitte. Oh, sorry, Tobi. Oh, Alter. Ja, eben nicht, deshalb. Und täglich ist das an Anubi. Ja, komm, nochmal, nochmal, nochmal. Sehr schön. Jetzt aber. Ich geh unten, ich geh unten. Komm, Mike. Hast du. Tschüss, tschüss. Nochmal. Kampf. Ja. 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 Geil. Es geht doch. Schön. Nicht unverdient, hä? Nicht unverdient. Oh, spitzenmäßig, ey. Super. Unglaublich. Schön gekämpft. Ja. Jetzt ist nix mehr. Sensationen gibt immer wieder. Oh, ja. Yeah. Sehr gut. Oh. Ja, schön. Nein. Ah, sah. Super. Tom Philippe Zekka, der fällt in den Abwehr. Das ist gut gut. Das ist gut. Und? Ja. Was macht der denn? Ah. Hab's, äh. Halbzeit. Ja, diesmal sind wir schlecht als der. Das gefällt mir. Yep. Oh, mir gefällt's auch. Mhm. Also, guck mal mal. Ja, ja. Oh ja, hast gleich viele Schüsse. Das war doch, das war doch ein Schuss aufs Tor. Verwahl besetzt. Ja. Ja, eben, denke ich auch. Das spackt FIFA 13 rum. Das spackt's richtig rum. TUS-Genauigkeit 0%? Das geht gar nicht. Gerade eben hat man in der Wiederholung gesehen, dass ich aufs Tor geschossen hab. Ja gut, das stimmt. Also 25% müssen wir mindestens haben. Ja, vor allem, vorhin haben wir ja auch nochmal. Egal, das sehen wir. Ja, ich sehe, ich bin ein Arsch. Komm, Mike, genau, so eine zweite Halbzeit will ich jetzt sehen. Klar. So eine zweite Halbzeit für unsere erste? Scheiße. Von mir aus. Was war jetzt? Bloß nicht wieder so früh ein Gegentor kassieren. Nein, das werde ich verhindern. Ja, das müssen wir auch. Müsst ihr nicht, ihr müsst gar nichts. Wir sind da in einem feinen Angriff. Bier, nicht du, Tobi. Ich noch mehr. Ja, das ist alles. Oh, 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 jetzt Tobi. Einer. Oh, na. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Genau das nicht. Ach, Leute. Scheiße. Was macht der denn da für eine große? Keine Ahnung. Er liebt das Tornetz. Ja. Aber egal. Mehr wieder geht's. Ja. Hervorragend. Ach, scheiße. Ja. Optimistisch. Ja, ja, ja. Komm. Nein. Schieß alleine. Ja. Geil, Mike. Na, aber hallo. Was für eine Antwort. 120 Sekunden schon. Oh, ich hatte schon Angst, dass du irgendwie passen willst, weil ich so im Abseits stand. Das hab ich abgemacht. Bin extra zurückgegangen. Ja, super gemacht. So muss das aussehen. Ja, danke. Oh, schön. Ah. Komm, Klaus. Ich passen dann bitte auf. So. So. Ach, nein. Und? Oh Gott, schon wieder. Torwart geht hoch. Ich spiele. Ja. Oh Gott. Ach, schade. Ja, okay. Das war... Torwart, ich kann es immer noch. Ja. Oh. Nein, ich habe hier nicht die... Ja, sehr schön. Ich sollte lieber Ring passen. Ja, egal. Ey, der Lackenschutz gerade. Der hat mich gerade voll verschickt, irgendwie. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Weiter, 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 Mike. Oh, das muss man pfeifen. So. Scheiße. Oh, nein. Du hast ja auszutricksen. Geh, 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 geh. Spiel weg. Spiel weg. Ja. Oh. Alter, ich schieße nach vorne. Ah, ja. Ah, ärgerlich. Doch nicht. Ja, schon besser. Jetzt noch mal. Oh. Ah, Mann. Super. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Ja, umweg. Boah. Alter. Hilfe. Hubi, lauf. Komm. Ach, nö. Was ist das? Geh da weg, Mann. Scheiße. Was soll das werden? Ich wollte eigentlich, ich wollte, ich wollte, nee, war auch richtig, ich wollte dir den Ball nicht wegnehmen. Und stehen bleiben ist auch blöd, wegen Abpraller und so, dachte ich jetzt. Komm, 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 komm. Schieß. Oh. Ey, Tobi, jetzt hätten wir aber sowas von in die Küste machen müssen, aber... Ja, das war nicht. Boah, ja, fiel dir. Aufpassen. Komm, aber pass. Er darf nicht spielen. Genau. Ich witte auch nicht. Weg damit. Pass doch. Tobi, da frei. Ja. Nochmal. Ja, Freistoß. Ja. Gelb. Oder? Ja. Aber sehr fair bisher, die Begegnung. Muss man auch sagen. Äh, Paderborn, ey. Aufpassen, 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 aufpassen. Das liegt bei mir. 40 Kilometer von mir entfernt. Oh, oh. Oh, scheiße. Ich musste raus, Tobi. Ich hatte keine raus. Nein, da war richtig. Wieso macht er? Ich weiß nicht. Aber auskonten lassen ist bitter. Okay, Tobi. Ich sehe immer die Sekunden bis zur Führung. Ja. Weiter. Nochmal. Schade. Komm, komm, komm. Kämpfen. Was jetzt? Ja, genau. Wir. Für uns, ja. Wieso für uns? Ach, Scheiße. Nicht, 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 nicht. Jetzt. Super. Komm, Mike, schnell nach hinten. Halt die auf. Halt die auf. Ich bin dabei. Oben, unten. Ja. Ja. So blockt man heute. Oh, Gott. Oh, Gott. Da hatten wir jetzt aber Glück. Ich bin direkt mal drauf. Im Teil ohne Scheiß. Ja. Schön. Spiel. Super. Ja, heutzutage läuft man ja auch, ne. Heiß, heutzutage. Oh, Scheiße. Komm, komm, komm. Warte, warte, warte. Komm schon. Ja, schön. Gleich. Er steht da wie an Wand. Rück oben. Nein, nein, nein. Ja. Fuck it. Schönes Tor. Schönes Tor. Ja, optimal. Das tut mir leid. Nein. Das war das ganze Spiel. Hier führt ihr. Das ist ja voll geil. Guter Treffer. Ja, das ist echt ohne Scheiß. Es tut mir so leid. Die waren wirklich besser. Ja, das ist Fußball. Wir gehen nicht auf, Tom. Ein Punkt nehmen wir ja mindestens. Ja, nochmal alles nach vorne hier. Ja, kriegen wir den? Den kriegen wir. Komm, komm, komm. Oh, was macht der denn da? Ja, ist okay. Ich hab da nicht mitgerissen. Ja, ist schon okay. Oh. Verdammt. Ah, ist ärgerlich, aber... Also, wir können uns nicht wirklich was vorwerfen. Nein, das ist okay. Und okay. Komm, komm, komm. Okay, okay, jetzt nächste für dich. Ja! Nein! Den Hess. Nein! Komm. Das ist doch... Nein! Ich hätte noch dichter gehen sollen. Hau, einfach. Hättest du die Box ab und weg. Ja, gut, das wüsste ich ja gleich. Danke. Dann hol ihn wir. Jetzt nicht da durch. Hol ihn dir. Ja, na klar. Mike? Ja? Ecke. Entschuldigung. Ecke. Wartest du, verdammt. Ja. Aber okay. Komm. Zurück in die Mitte laufen. Oh, ein bisschen weit. Achtung. Weg. Ja, ein bisschen toll. Ja, ein bisschen toll. Immer und abstoßen. Warte, warte, pass, pass, pass. Nee, der beendet das jetzt. Nochmal nach vorne. Ganz ruhig. Konnten wir halt noch mal. Weg damit. Ja, okay. Ja, gut. Oh, ist das ärgerlich. Schade, aber Mike, wir haben wirklich gut gespielt. Also, komm. Ja, Statistiken kommen ja jetzt gleich. Ja. Jetzt kommen die Statistiken. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Das war ein ordentlicher Auftakt. Bleib da oben, hab ich gesagt. Warum hängen die jetzt hier vorne fest? Ey, ich schau jetzt hier gleich auf. Das ist mir zu blöd. Jetzt hängen die hier auf der Treppe fest. Ich reiß die Treppe ab. Ach nee, da kommen sie ja gar nicht mehr hoch. Da hinten ist noch eine Treppe. Sind die jetzt tot? Oh, ich hör auf. Nee, das ist mir zu blöd. Tut mir leid, Freunde. Das ist doch... Wieso hängt man auf so einer Treppe fest? Ich hör auf. Wir sehen uns irgendwann. Tschüss.